Übrigens zwischendurch mal herzlichen Glückwunsch an den Bundestag für das tolle Sterbehilfegesetz, das du heute verabschiedet hast. Jetzt bleibt nach diesem Gesetz, auf der Grundlage dieses Gesetzes, bleibt einem Schwerstkranken, der nicht mehr leben will, nichts anderes mehr übrig, als sich die Pulsadern aufzuschneiden oder vom Hochhaus zu springen. So macht man menschennah und menschenfreundliche Gesetze. Super gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist Diana. Das war übrigens jetzt wieder Beschwerdebrief bekommen. Satire, Satire, aber im Kern ernst gemeint.